Heute Abend findet wieder ein Hermsdorf für vier Jahreszeiten Gespräch statt. Mein privater Salon, in den ich ungewöhnliche Unternehmerinnen und ungewöhnliche Unternehmern einlade. Also Menschen, die entweder alte Märkte revolutionieren oder neue Märkte schaffen. Heute geht es um das Thema Mode, Style und Fashion. Mit Paulina Zvetanova, Modedesignerin, die uns einen 21-minütigen Impulsvortrag geben wird. Eingeladen sind lauter Menschen, die sich für Mode, Style und Fashion interessieren. Style-Coaches, Modedesignerin, Models, Model-Coaches. Also es wird ein sehr spannender Abend werden, der unter dem Motto steht, Mode says me too, fashion says only me. Ich bin Modelschöpferin aus Berlin und ich mache ausgefallene, extravagante, tragbare Kunstmode mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit und Diversität. Das Motto meiner kommenden Paris Fashion Week Kollektion ist Werde dein Role Model und trage dein Selbst. Jeder meiner Kundinnen kann auf die Bühne und kann Real Diversity zeigen und ausleben und Persönlichkeit mit Identität und Authentizität durch die Mode nach außen tragen. Wenn auch du eines Tages bei einem Hermsdorfer-Vier-Jahreszeiten-Gespräch mal dein Thema lancieren möchtest und mit richtig coolen Leuten diskutierst, die sich alle dafür interessieren, dann melde dich. Bis zum nächsten Mal.